Sei willkommen an der Liga hier bei uns. Sei willkommen an der Liga hier bei uns. Willkommen im Haus der Kunst der Hildegardesschule, wo auch die Fachschaft Musik beheimatet ist. Musik hat an unserer Schule eine lange Tradition. Und auch wenn das Musizieren momentan nicht so möglich ist, wie wir es uns wünschen, was ihr alle wisst, möchten wir euch im Rahmen des virtuellen Tages der offenen Tür einen Einblick in unser Musikleben geben. Wir freuen uns auf euer Interesse an der Schule und der Fachschaft Musik. Wenn du gerne singst, ist ein absolutes Muss der Unterstufenchor hier bei uns an der Schule. Neben einigen Auftritten an schulischen Veranstaltungen, wie das Weihnachtskonzert oder das Sommerkonzert, ist ein besonderes Highlight das jährliche Unterstufenmusical. Nach der 6. Klasse muss man dann aber nicht aufhören zu singen. Ganz im Gegenteil, eine schöne Möglichkeit ist, das Singen im Schulchor fortzusetzen, von der 7. bis zur 13. Klasse. Für Instrumentalistinnen ist das Schulorchester die ideale Möglichkeit, gemeinsam zu musizieren. Neben den Musik-AGs legen wir aber auch im Musikunterricht einen besonderen Schwerpunkt auf das Singen, die Musikpraxis und die Erfahrung mit und durch Musik. Im Keyboard-Raum zum Beispiel trainieren wir die Fingermuskulatur, aber werden vor allen Dingen gemeinsam musizieren. Der halbjährlich stattfindende Hausmusikabend bietet Schülerinnen jeder Altersstufe eine tolle Möglichkeit, ihre musikalischen Talente vor einem kleinen familiären Publikum hier im Musiksaal zu präsentieren. Eine ganz besondere Gelegenheit, dass sich die Schüler aus einem ganz anderen Blick präsentieren können und erste Auftrittsmöglichkeiten sammeln. Die Musikfachschaft freut sich auf dich!